Es tut weh. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen Lala anrufen. Es tut weh. Lala, wo bist du? Wir müssen Lala anrufen. Es tut weh. Lala! Wir brauchen Hilfe. Lala! Wir brauchen Hilfe. Prinzessinnen! Prinzessinnen! Hilfe! Lala! Es tut so weh. Ich muss den Prinzessinnen helfen. Komm schon. Komm schon. Lala! Lala! Ich muss hier rauskommen. Mädels, ich komme. Ich muss den Prinzessinnen helfen. Es tut weh. Wir brauchen Hilfe. Mädels, wir müssen jetzt etwas machen. Ich glaube, sie kommt. Ich bin fast da. Hilfe! Mädels, Mädels. Schau, schau. Da ist jemand im Haus. Wer ist das? Was? Wer ist das? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ja, gut. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wir brauchen Hilfe. Lala! Mädels! Wir brauchen hier deine Hilfe. Mädels, hier drüben. Hier drüben. Nein! Er ist dort drüben. Wo ist er? Mädels, ich habe so Angst. Mädels, es ist Achilles. Es ist Achilles. Mädels! Mädels! Oh! 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 Nein! Ach, ich muss sie finden! Ach, Achilles! Ach, Achilles! Hilf mir! Lieber Hund! Ja! Komm schon! Okay! Okay! Komm schon! Mädels! Mädels! Was ist passiert? Was ist los? Lala, es ist so schön, dass du es geschafft hast. Es tut weh! Es tut so weh! Lala, hilf uns! Okay, beruhig dich, okay? Beruhig dich! Ich werde dir helfen! Ich bereite dir einen Platz vor, an dem du dich erholen kannst, okay? Ich bin gleich zurück! Nein, nein! Lass uns nicht alleine! Ich denke, wir haben jemanden gesehen! Ja! Ich weiß! Und er will unsere Babys mitnehmen! Immer mit der Ruhe! Zuerst müssen wir sicherstellen, dass es euch allen gut geht, okay? Ich bin in einer Sekunde zurück! Beeilung! Bitte! Wir können das nicht! Ja! Hier drinnen wird es Carolina gut gehen! Jetzt hole ich sie, okay? Carolina! Ich bin hier! Carolina, komm! Ich bringe dich an einen sicheren Platz! Okay! Lala! Was ist mit uns? Wir brauchen auch Hilfe! Ich bin gleich bei euch, Mädels! Es tut sehr weh! Lala, bitte beeil dich! Dir wird es besser gehen! Ich vertraue mir! Okay! Es tut sehr weh! Beruhig dich! Wir sind endlich da! Okay! 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 Komm schon! Geh rein! Lala! Lass mich nicht allein! Keine Sorge! Dir wird es damit gut gehen! Danke! Beruhig dich! Dir wird es gut gehen! Nur ein kleines Mentos und das war's! Großartig! Lala! Ich fühle mich viel besser! Du musst den anderen helfen! Ich kann nicht! Ich kann es nicht mehr! Mein Bauch! Okay! Ich muss weitermachen! Das wird perfekt sein! Okay! Wir sind fast fertig! Schneewittchen! Wird es dir gut gehen! Da! Carolina! Ich bin in einer Sekunde zurück! Ich hole die anderen! Okay! Wo ist Lala? Sie braucht so lange! Schau! Schau! Da kommt sie! Endlich! Mädels! Hier bin ich! Lala, aber es hat so lange gedauert! Beruhige dich! Geht es Carolina gut? Ja! Sie ist an einem sicheren Platz! Andrea, du bist dran! Und ich? Lass mich so nicht alleine! Außerdem ist jemand im Haus! Und es tut so weh! Ich komme gleich danach zu dir, okay? Komm schon! Komm! Bitte lass mich nicht allein! Bitte lass mich nicht allein! Brauch nicht so lang! Bitte brauch nicht so lang! Setz dich hier hin! Okay! Lala, beeil dich! Es tut scheiße weh! Okay! Okay! Ich kann diese Schmerzen nicht länger ertragen! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Andrea, du wirst sehen! Dir wird es besser gehen! Ah! 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 Okay! Ah! Dir wird es hier besser gehen! Ah! Ja! Ich fühle mich etwas besser! Ich glaube, jemand ist hinter mir her! Ich muss hier raus! Wo ist es? Ja! Hier ist es! Okay! Malena! 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 Geht es dir gut? Malena! Halte durch! Ich kann es nicht aushalten! Ich kann keinen Schritt mehr machen! Setz dich hin! Ah! Mädels, geht es euch gut? Wir sind endlich hier! Ah! 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 Notfall! Ich habe einen Notfall! Carolina, was ist los? Lala! Lala! Was ist los? Ich brauche... Ich brauche etwas zu essen! Ich hole dir etwas! Lala! Lala! Wir sind auch hungrig! Wir haben zu lange nichts gegessen! Ich bin gleich zurück! Ich habe Hunger! Ich bin zu hungrig! Wir wollen essen! Wir wollen was zu essen! Ich bin Schokolade! Pommes und Pommes und Pommes und生fisch... Bellen und Pommes und Pommes! Und was willst du?! Ich will Popcorn mit viel Butter! Lala! Lala! Bitte kommzub lencą Ich bin auch hunger! Mädels entspannt euch! Ich bring euch etwas, das ihr lieben werdet! Okay, wartet einfach. Schokolade, mein Lieblingsessen. Carolina, das wird lecker sein. Und füge etwas gefärbte Schokolade hinzu. Hey, wir haben heute ein bisschen abgeholt. Ich warte, bis ihr dran seid. Schokolade. Magst du das? Es ist lecker. Ich kann nicht länger warten. Ich bin dran, ich bin dran. Es riecht super gut, ich will das auch. Lecker, oder? Hey, und was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich möchte mehr. Das ist nicht genug und ich habe wirklich Hunger. Beruhig dich, Marlene. Ich habe eine große Überraschung. Sie sind gut, oder Marlene? Marlene, komm schon, teil etwas. Marlene hat viel mehr als wir. Beruhigt euch, Mädels. Ich hole mehr, okay? Lala, Lala, wir brauchen dich. Lala, wir brauchen dich. Nein, nein. Lala, aber was passiert hier? Wie hat mir das angetan? Hilfe! Wo ist mein Kuchen? Wer hat doch nicht auf mich geschüttet? Lala, jemand hat meinen Kuchen weggenommen. Jemand hat meine Cola bei mich geschüttet, während ich den Spannthal. Der Hacker ist aufgetaucht, der hat mir einen Shake genommen, hat ihn auf den Boden geschüttet und dann diese ganze Unordnung gemacht. Der Hacker? Ja, der Hacker. Okay, Mädels, lasst uns diesen Hacker kriegen. Mädels, seid ihr bereit? Bereit? Okay, Mädels, er geht diesen Weg. Seid die Show zu beginnen. Er kommt, er kommt. Seid ihr bereit? Nein, Mädels. Nimm das, böser Hacker. Das ist dafür, dass du Cola auf meine Freundin geschüttet hast. Und dann ist für Malinas Kuchen. Nimm das. Ja. Ja, das ist der Grund, weshalb ich dir Mehl gebe. Du kommst mit dir weg. Du willst uns immer verletzen. Geh weg, böser Hacker. Komm nie mehr zurück. Das stimmt. Raus hier. Mach das in Verspittet. Geh weg von hier. Komm nie wieder zurück. Geh weg von hier, komm nie wieder zurück. Ja, ja. Wir haben das Geschäft.